Komm du hast doch bestimmt irgendwie ein paar Pankilas dabei. Jetzt kipp halt um. So. Pankilas ist super genau darauf habe ich spekuliert. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Season 3 von Seven Days to Dive. Ich bin euer Hardy, das wisst ihr natürlich, und, häh, Alpha 7 ist da und man braucht jetzt ein bisschen Zeit um Dinge zu öffnen. Es wurde am Smooth-Turan gearbeitet, also die Vorversion ist auf jeden Fall drin, man sieht es ja schon so ein bisschen, das ist nicht mal alles ganz so eckig, ist wie gesagt nur eine Vorversion, jetzt muss ich mal aufpassen hier. Ihr seht es auch unten auf der Minimap, da sind jetzt ganz viele komische Punkte drauf. Das Stealth-System wurde auch hineingebracht, ihr seht jetzt da vorne den Kollegen, der ist zum Beispiel grün, ich kann jetzt schleichen, so sieht man mich nicht. Aber wenn ich jetzt halt Geräusche mache, wird der Punkt rot und ich werde gejagt. Ihr seht es. Hunted. Dem hauen wir direkt mal vor die Nuss dem Kollegen. Ja, viele neue Rezepte und Änderungen wurden reingebracht von den Fun-Pimps. Oh, man sieht tatsächlich, es dauert auch eine Weile einen Zombie zu looten. Man kann jetzt nicht einfach so durchrennen. Oh, man kann auch richtig Gas geben, jetzt. Okay. Wo sind wir hier überhaupt? Ich muss mal gerade mich orientieren. Wir laufen Richtung Grave Town. Ich würde sagen, wir gucken mal, da ist doch die... Ne. Wir gehen mal da rüber, in das kaputte Gebäude. Das könnte man sicher dann direkt auch mal ausbauen als Basis. Ich nehme hier ganz viel mit, dann haben wir direkt Beton und Stein und... Die Bäume sind jetzt auch nicht mehr alle so dick. Da muss ich jetzt einfach mal schauen. Was? Die Faust macht ja kaum Schaden. Oh Gott. Da braucht man ja jetzt ewig, um mal einen Baum niederzufisten. Aber es nützt ja nichts. Wir brauchen ja Holz. Bricht der über... Der bricht doch gar nicht, oder? Und vor allem macht es Geräusche wie Hulle. Ich meine, jetzt geht es ja noch. Es ist Tag. Bei Nacht kriegen wir ein Problem. Wir sollten uns auch relativ zügig eine Unterkunft bauen. Und ich weiß nicht, ob wir uns dann darin verstecken können, wenn wir uns nicht bewegen. Dann sollten uns die Schmackofatzkes ja nicht so schnell erwischen. Aber ich brauche trotzdem mal Holz. Kann ich auf die Büsche einschlagen? Ah ja. Ein Stick. Ich glaube, man konnte doch aus Gras und... Ah, verdammt. Und ein bisschen... Oh, die Hunde sehen anders aus. Uh, die sehen ja gefährlich aus jetzt. Nicht mehr so voll spastisch. Und sie bewegen sich ein bisschen rum. Naja. Schön. Nee, gefällt mir bis jetzt. Das soll ich sehen. Na gut, er hängt da jetzt ein Busch. Uah. Wo ist er denn? Ah, ich bin gleich schon tot. Höh. Kann ich nicht mit einem Stock oder einem Stein zu hauen? Macht das nicht mehr Schaden? Na komm, jetzt kippt doch halt endlich um. Die sehen ja richtig übel aus jetzt. Schön. Dieser runde Kopf, der runde Körper. Mein Gott. Ist ja unfassbar. Höh. Es gibt massig neue Einstandsmöglichkeiten. Fuck. Ich muss mal einen Schluck hier. Ich versuche mal mit dem Stock. Huiuiui. Wir sind schon ganz schön im Arsch. Scrap Iron. Okay. Äh, ja. Ich brauche aber... muss doch mal gucken, dass ich mal irgendwie an... an Holz komme. Ich muss mal hier so ein paar Büsche umhauen. Wie soll ich auch einfach mal da drüben ins Gebäude reingehen? Aber ich befürchte... guck mal, da drüben stehen auch schon massiv viele Matschrüben. Man kann Steine jetzt, glaube ich, werfen, ne? Ging das nicht irgendwie zur Ablenkung? Moment. Hier seht ihr auch schon, es gibt jetzt eine Craft-Side, ne? Stein. Gucken wir mal. Oh, das dauert ja eine ganze Weile sogar. Und die sind jetzt dreieckig. Das liegt wahrscheinlich an dem Smooth-Soran. Was ist denn da? Was pulsiert denn da unten auf der Karte? Da pulsiert doch was. Da muss ich aber mal hin. Äh, mit der Fackel, stimmt. Man kann ja jetzt mit einer Fackel sich auch verteidigen. Dann bauen wir uns doch direkt mal eine. Düp, 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 düp. Ja, ich bin wirklich gespannt. Ähm, dadurch, dass natürlich das Dell-System jetzt drin ist, weil ich es auch so ein bisschen verstecken kann vor den Viechern, können wir versuchen, uns die Hütte hier auszubauen. Also wir brauchen nicht mehr unterirdisch arbeiten. Und man sieht es auch direkt, dass die da aggressiv werden, die Kollegen. Geht mal her. Aber wenn man Sachen aufnimmt, macht das jetzt auch Geräusche. Ich hoffe nur, dass nicht irgendwo ein Köder jetzt kommt. Kann ja mal. Höh, brenn doch. Naja, brennt tut er noch nicht. Die Fackeln sind extrem laut noch. Zack, zack, zack. Ja, sehr schön. Glas, okay. Glas ist gut. Ähm, machen wir erstmal ihn hier. Oh, verdammt. Aber wir müssen aufpassen. Ich glaube, mit dem nächsten Schlag sind wir tot. Auf die Rübe will ich dir hauen. Jetzt haben wir schon zwei von denen. Zwei Schläge, drei Schläge. Vier, fünf. Es gibt, glaube ich, auch einen neuen Zombie. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, ich hatte da irgendwas in den Patch Notes gelesen. Aber ja, Wasser ist schon mal ganz gut. Gut. Ich darf halt nicht getroffen werden, sonst bin ich direkt tot. Das will ich nicht. Verdammte Axt. Nein. Wenn ich meine Axt hätte. Boah, das wäre jetzt aber doch... Das wird mir jetzt zu viel. Nein, lauf doch weg. Das war ganz schön eng. Ähm, ja, wir müssen mal gucken, dass wir da irgendwie außen rumlaufen. Da vorne ist ein Auto, da gehe ich erstmal hin. Autos sind ja immer gut. Das sieht so ein bisschen aus wie in der Pyramide jetzt, der Berg, ne? Zack. Nichts drin. Das gibt's doch nicht. Aber ich würde gerne wissen, was da drin pulsiert. Ich kann ja mal gucken, dass ich mich da reinschleiche. Es gibt jetzt das Delt-System. Undetected. Wieso haut die Mutti? Das ist so eine einzelne Krankenschwester. Die könnte ich doch mal... Wie sie haut die darauf rum? Was ist denn da drin? Ist da irgendwas, was Geräusche macht oder was? Komm, du hast doch bestimmt irgendwie... ...Penkelas bei. Jetzt kippt halt um. Das ist super. Genau darauf habe ich spekuliert. Ähm... Ach, wir haben jetzt auch die Tasten umgelegt. Das ist in meinem Teil nicht mehr auf... ...Tab. Futsch. So, was ist da jetzt drin, was da so pulsiert? Da muss doch irgendwas drin sein. Guck mal, wo komme ich hier lang? Hm. Ich glaube, ich muss tatsächlich von vorne rein. Ich nehme mal hier noch ein bisschen Müll mit. Auf der Karte wird zumindest nicht angezeigt, dass wir Zombies im Haus sind. Wobei, da hat doch einer gerade rumgeprügelt. Oder war das vielleicht, ähm... ...das, was Geräusche gemacht hat? Papier, ja. Oh, hier bin ich natürlich jetzt in der Sackgasse drin. Oh, jetzt sind sie auch aufmerksam geworden. Da hinten. Da hinten pulsiert auch was. Ich glaube, das sind Geräusche. Mädel, komm hier nicht krumm. Zack. So. Ich gehe mal vorsichtig hier rein. Ah, guck mal, ein Kriecher. Komm, bleib direkt unten auf dem Boden, mein Freund. Hüsse. Okay. Also wir können jetzt nicht einfach durchrennen und, äh, alles auslooten. So kann ich das auch tun würde. An den Lichteffekten haben sie übrigens auch was gemacht. Man sieht's auch schon ein bisschen. Fein, fein. Guck mal, da haben wir noch einen Schreibtisch. Ich kann mich noch dran erinnern von ein paar Versionen, wo du dann in den Schreibtischen Waffen und Raketenwerfer und so gefunden hast. Das haben wir dann rausgenommen. Was haben wir denn hier im Safe? 15 Sekunden für den Safe. Okay, das ist natürlich... Kann man sich währenddessen drehen? Nee. Hm, ich würde sagen, wir machen uns das oben auf dem Dach gemütlich. Wobei, wir haben ja auch nichts zum Bauen oder so. Oh, guck mal, hier ist zumindest schon mal... ...ne Hunting Rifle. Zack, zack, das ist ja schon mal ein bisschen was. Huch. Was habe ich getan? Jetzt habe ich das in der Taos geblendet. Oh, 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 jetzt habe ich das in der Taos geblendet. Nein, was habe ich getan? Huch. Verdammt. Ähm, ja, ich bleibe das jetzt wieder ein. Für eins, nein. Okay. Huch. Du bleibst schön hier. Was habe ich denn jetzt gedrückt? Wo bin ich denn jetzt? Was habe ich denn gerade gemacht? E, R, T. T ist der Chat, okay. Ich sehe jetzt halt auch die Minimap nicht. Uah. Was ist denn, wenn ich... So, da bin ich auch wieder. Was ich gedrückt habe, weiß ich immer noch nicht. Aber gut. Ähm, ich habe die Aufmerksamkeit von zwei Zombies. Wo sind denn die? Da oben hüpft eine rum. Man muss natürlich jetzt auch aufpassen. Uah. Wo und wann man schießt, ne? Denn es gibt, äh, natürlich auch jede Menge Geräusche, wenn man schießt. So, was hast du denn dabei? Es ist halt schon 17 Uhr, ne? Und ich habe... ...agentlich noch nicht wirklich was. Kann ich denn etwas bauen? Ich muss mal kurz gucken. Aber ich muss mich erst an das neue Crafting-Menü gewöhnen. Small rocks, stone, gravel, paper. Ich werde doch hier irgendwie an Holz kommen. Moment, ich muss mal so. Man, ich kann natürlich versuchen, in Ewigkeit noch so einen Baum einzuschlagen. Aber, ja, es tut sich ja nicht viel, ne? Ja, nur wie kommt man denn dann an Holz? Man kann doch nicht einfach immer nur Sticks und Sticks und Sticks und Sticks sammeln. Da muss ich mir was überlegen. Ähm, ich werde mal... Das ist auf dem Boden. Ja, ich weiß nicht, ist kaputt. Dann haue ich mal, äh, wenigstens ein paar Sticks hier. Für ein, zwei Fackeln oder sowas. Es ist natürlich gut, dass ich direkt eine Waffe gefunden habe. Noch besser wäre es natürlich, wenn ich, ähm, mich irgendwie absichern könnte. Ist nicht mal eben mit aufs Dach hochbauen jetzt hier, ne? Da hinten ist ein dicker Baum. Vielleicht ist der effektiver, abzuholzen. Wobei, ich habe sowieso keine Ausdauer gerade. Und den machen wir nochmal eben. So, und dann gehe ich nochmal da rein zu den Kollegen. Weil ich höre ja auch schon, wie die da drum rumkloppen. Beziehungsweise da drin rumkloppen. Ups. Da kommt der Aimwell zum Vorschein. Ne. So. Schnauze. Ein bisschen Stoff ist gut. Sehr gut. Schau mal, hier ist doch Gras. Oh, das Gras hat eine neue Textur. Kommt jetzt aber ganz schön was raus hier. Aber das heißt auch, dass wir was zum Looten haben. So. Ich nehme nochmal ein bisschen Gras mit. Wenn ich mal dazu komme. Wuss. Lade nach, lade nach. So. Das hat jetzt wirklich sehr guten Survival-Charakter. Ja, liebe Fun-Pimps. Sehr geil. Also, ich finde es richtig gut. Das gefällt mir total, was ich hier gerade sehe. Guck mal, man kann mit der Fackel das Gras einfach so zerhauen. Sehr gut, so jetzt muss ich aber mal hoch, ey. Da links ist noch Geräusch. Deutsch. Da versucht einer durch die Tür zu kommen, oder was? Ja, dann lassen wir die mal lieber zu. Was haben wir hier? Ich versuche mal, ob ich mich verstecken kann. Ich weiß es nicht. Ist nichts drin. Eine Kartoffel und ein Messer. Sehr gut. Mit dem Messer kann ich zumindest schon mal geräuschlos töten und was zu futtern. Wunderbar. Ich versuche mich trotzdem mal Richtung Oberetage zu machen. Vorsichtig. Also wirklich ganz nach oben. Und dann... Oh, guck mal, das sieht ja schön aus. Wie das Licht durch das Fenster gefallen ist. Habt ihr das gesehen? Ganz leise zu sein hier. Oh, da ist jemand auf mich aufmerksam geworden. Also, soweit ich weiß, lassen die auch irgendwann von einem ab. Ich weiß aber nicht wann und ich weiß nicht, wie man das am besten anstellt. Jetzt ist er auch nicht mehr auf mich aufmerksam. Finde ich sehr cool mit der Minimap. Mal leise looten. Oh, das war laut. Ich glaube, wenn man alles auf einmal lootet... Ah, eine Matratze. Sehr schön. Wenn man alles auf einmal lootet, dann macht man auch mehr Geräusche, als wenn man die Sachen einzeln lootet. Versucht das mal. Okay, hier ist aber was auf mich aufmerksam. Ist schön, dieser Lichteinfall. Man kann doch hier bestimmt noch höher. Guck mal, aufs Dach, ganz aufs Dach. Sehr gut. Ei, hier ist eine Menge. Ähm, ich guck mal, ob ich die Leiter zugebaut bekomme mit einem Stein. Hatte ich nicht Stein produziert? Da. Da bin ich auch mal gespannt, wie das mit dem Setzen funktioniert. Okay, so entsteht das Muster. Also, hier können die halt nicht durchbauen oder so, ne? Hoffe ich. Ich guck mal, was so in den Boxen noch drin ist. Und dann verhalte ich mich einfach mal still. Ich weiß auch nicht, wie das mit Bienen ist oder, ähm, beziehungsweise mit Hornissen. Was, also diese, diese, ähm, Ausschläge auf der Minimap, das sind tatsächlich die Geräusche, die produziert werden. Wenn ein Zombie zum Beispiel vor die Wand schlägt oder sowas. Das birgt natürlich auch die Gefahr, dass ein Zombie noch mehr Zombies unlockt. Das, äh, ja, sind dann ganz neue Wege, die ergründet werden müssen. Ich verstecke mich jetzt wirklich mal hier auf dem Dach. Ich setze mal die Fackel. Ach, das ist ja schön. Guck mal, das Smooth Lightning. Das sieht ja gut aus. Okay. Ähm, ich guck mal in der Zeit, was ich so ein bisschen mit dem Crafting-Menü anstellen kann. Heuballen, Gravel. Ne, ich will mal, genau, Plant Fibers, wollte ich machen. Weil ich glaube, damit können wir, das können wir als Verbindungsstücke nutzen, um uns zumindest so eine kleine Axt zu bauen. Damit wir auch mal ein bisschen Holz rankommen. Ja, und dann, äh, müssen wir uns überlegen. Wollen wir hier bleiben? Wollen wir mal weiterziehen? Hm. Vielleicht könnt ihr das einfach mal entscheiden. Schreibt es doch mal in die Kommentare, ob ich hier auf dem Dach bleiben soll. Insofern, ob ich das Gebäude ausbauen soll. Vielleicht möchtet ihr auch wieder sehen, dass ich mir irgendwie so eine, so eine Untertagehütte baue. Wobei ich da relativ gegen bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Man kann es übrigens nicht bauen, hier Axt und so. Schade. Aber jede Menge Steine, okay. Rad unten ist aber gut was los. Ja, oder soll ich vielleicht ganz woanders hingehen? Soll ich ein Baumhaus bauen? Soll ich, ich weiß nicht. Was soll denn unsere zukünftige Basis sein? Ja, was soll denn da drin vorkommen? Wie machen wir es am besten? Ihr entscheidet das, ja? Schreibt es mir in die Kommentare. Und, ähm, ja, dann würde ich sagen, ab der übernächsten Folge, ich höre mich in der nächsten Folge, die werde ich jetzt gleich noch direkt aufnehmen, mal in die Richtung, dem Ding hier bewegen einfach. Natürlich, wenn es Tag ist. Vielleicht können wir uns auch in der Westernstadt niederlassen. Ja, wie gesagt, ihr entscheidet's. Ja, so einfach läuft das. Bis dahin, ich mach's gut, ihr macht's besser. Wir sehen uns in der nächsten Folge, euer Hadi. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wir sehen uns in der nächsten Folge,